Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier in War of the East 2, Spielzug 59, 2. August 1942 und wir waren im Bereich der sehr, sehr groß überdehnten Heeresgruppe Nord und waren dort im Bereich der 16 Armeen auch tätig. Wir werden heute wahrscheinlich relativ viel administrative Sachen erledigen. Wir erinnern euch, Heeresgruppe A und B müssen wir organisieren und noch die ein oder andere Kleinigkeit, die vielleicht auch ganz interessant wäre. Doch schauen wir jetzt mal weiter, wie wir in der 16. Armee weitermachen. Da waren wir in großen Zügen ja eigentlich auch schon fertig. Schau mal, dass hier die Zuordnung alle passen. Hier ist noch die Frage, wir haben hier das 18. Panzerkorps stehen. Angreifen könnten wir sie? Wir hätten ein Angriffsverhältnis von 5,2 zu 5,4. Wenn ich hier unten die andere Division dazu nehme, hätten wir 8,5 zu 5,4. Ich schätze die Division tatsächlich aber stärker ein, zumal wir mit einer Division über den Fluss angreifen müssen. Die Sowjets stehen im Wald, sind eingegraben mit 1. Ich traue dem Braten nicht. Aber was wir versuchen könnten ist, wir schauen uns noch mal an, ob im Hinterland bereits Gleise großartig repariert sind. Nein. Das ist nämlich für mich ein wichtiger, der wichtiger Aspekt, um zu sagen, wir können eventuell auch mal eine Lücke aufgelassen. Und zwar eine Lücke, die wir jetzt hier schaffen. Oh, das ist ein zweites Panzerkorps auch noch. Denn wenn die sowjetischen Panzer durchstoßen, bedrohen sie erstmal nicht essentiell wichtige Nachschubwege von mir, sondern geraten eigentlich eher in die Schwierigkeiten eines Kessels mit rein. Dementsprechend denke ich, kann ich diesen... Das ist natürlich schwierig. Ich kann mich natürlich hier auch nicht gut verteidigen, gell. Wir nehmen jetzt auf alle Fälle mal die Zweierverteidigungsstellung. Wir haben ein sehr starkes Panzerkorps hier. 17. Panzerkorps, 4,8, so 6,8. Hier bildet sich einiges raus. Die 16. Wie stark ist denn die? Ich wollte 26 von 27 befehlsabepunkten. Ich habe nämlich noch Einheiten hier im hinteren Bereich, die ich noch ranziehen könnte, aber... Ich glaube, ich muss die jetzt ranziehen. Ich brauche hier unten Verstärkung. Hier sind mir zu viele sowjetische Panzerkors. Das macht mir keine Freude. Ja, ich ziehe die raus. Ich ziehe die raus. Können wir die noch angreifen? Ich denke nicht, aber ich glaube, ich muss hier tatsächlich Einheiten rausziehen. Das wäre einmal die 329. weiter südlich. Wieder hier in die Wälder rein. Und dann nehmen wir uns hier die 328. raus aus dem Refit. Und die stellen wir gegenüber der feindlichen Panzerkors. Kürzt zur 9. Armee. Müssen wir vielleicht ein bisschen umorganisieren hier. 5. Korps. Ja, hängen wir die ins 5. Korps mit dran. 5. Korps. Und die Einheiten, die hier hinten sind, die beim 5. Korps mit dranhängen, erstmal zur Armee. Zur 9. Armee. Die müssen ja jedes Korps nicht belasten. 9. Armee. Gut. Dann ist das 5. Korps nicht mehr überlastet. Die Einheiten stehen dran. Das gefällt mir. Dann haben wir hier noch einen Flughafen. Aber der ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Da haben wir derzeit eh keine Einheiten dran. Bewege aber lieber mal die... Ne, das wird schon passen. Da gibt es sicher nicht doch noch irgendwas. Ne. Die kann man nicht angreifen. Das Panzerkorps kann man ebenfalls nicht angreifen. Frage ist jetzt, wie wir hier weiter vorgehen. Wir haben hier zwei Infanterie-Divisionen. Sagen wir es wohl, es wäre schön, wenn wir die Infanterie hier rausbekommen würden. Probieren wir das mal. 8,4 zu 3,6. Sollte ausreichen. Zurückgewichen. Gehen wir hier näher ran. Wisst ihr was? Wir setzen einfach sogar noch mal frech nach über den Fluss. Haben gehalten. Dann setzen wir noch mal nach. Und kommen jetzt vielleicht... Ne. Ich komme nicht hier rüber. Doch, hier mit der 331. Und dann ziehen wir hier noch Einheiten nach. Boah, die 44. den Vertrieb ist stark. 16. Krass. Dann bringen wir die hier mal ran. Habe ich hier ein Chor, das noch in der Lage ist, die aufzunehmen. Sieht nicht so aus gerade gar. Doch, können wir machen. Das ist das 43. Chor. Dann die 81. Infanterie-Division zum 43. Chor dazu. Dann sind die überlastet. Aber wir können hier die die 137. noch ans 55. Chor dranhängen. Dann passt das wieder. Hier ist ein Refit raus. Vielleicht sollte ich auch tatsächlich mal eine der Einheiten, die hier nicht mehr ganz so gut sind, auch wieder ins Refit stecken. Komme ich noch irgendwo ran. Tatsächlich gerade nicht. Machen wir in der nächsten Runde. Aber dann ziehe ich die... Ne, dann lass mal die noch ein bisschen aufrüsten hier. Die 56. Ebenfalls. Kriegen wir hier die Einheit noch raus aus Novodokupersk. Das wäre auch gut hier. Probieren wir es mal. Ja, zurückgewichen. Kann ich nochmal nachsetzen. Ne, leider nicht. In die Lücke hier komme ich auch nicht rein. Ne. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich im Großen und Ganzen mit unseren Truppenbewegungen fertig. Die 14. Panzerdivision könnte noch weiter in die Front. Aber wisst ihr was? Ich glaube, die... Ich werde die erstmal konsolidieren, die dritte Panzerarmee. Dass wir nicht hier kleckerlweise einen Angriff starten, sondern dass wir hier auf mehrere Einheiten warten. Die 14. Panzerdivision. Sind da Depots? Ne. Ich frage mich, ob ich die nach Stalingrad noch rein stelle, zum Refitten. Ich weiß nicht, was das mache ich. Refit. Okay. Gut. Dann haben wir die größten Truppenbewegungen jetzt schon geschafft. Ich schaue gerade mal, ob wir schon... Genau hier hinten haben wir noch die 106. Infanteriedivision. Die, denke ich, werden wir da tendenziell eher im Norden brauchen. Die verlegen wir jetzt auch schon mal Richtung Smolensk. Noch nicht weiter. Dann können wir immer noch entscheiden, wo die dann später hinkommen soll. Das ist einmal für den Norden. Dann ist mir natürlich aufgefallen, dass ich hier oben in dem Bereich mit der Eisenbahnreparatur etwas Schwierigkeiten habe. Denn diese drei Eisenbahner hier reparieren zwar etwas, was ganz nett ist, aber mir wäre eher ein Vortrieb Richtung Osten wichtiger, dass wir hier möglichst schnell und möglichst effektiv den Nachschub an die Front bekommen. Im Rückraum, da würde ich sagen, kümmern wir uns im Winter darum, wenn vorne der Front Stillstand ist. Das heißt jetzt aber auch, diese Lücke ist hier fast geschlossen. Ich habe hier in diesem Bereich mein Eisenbahnerchor, das 54. Chor. Da hängt ja momentan unten die Reichsarbeitsdienstgruppe 5 dran. Ich könnte mit dieser Einheit, ich sage jetzt mal vielleicht drei oder vier kleine Eisenbahner anhängen und versuchen, dass wir die ganzen Eisenbahnenköpfe hier, den hier, den hier, hier unten, dass wir hier weiter Osten kommen, dass wir hier Richtung weiter Osten kommen. Das wären dann ein paar Runden bloß und wir hätten Vortrieb und müssten uns nicht mit den großen Eisenbahnern dran machen. Und hier hinten, die Eisenbahner würden nicht so, ja planlos ist es bestimmt nicht, die KI hat sich bestimmt was dabei gedacht, aber so hundertprozentig glücklich bin ich damit nicht. Ich bewege mal das Chor hier runter. Das ist das 54. Chor. Kann ich die schon anhängen jetzt? Nein, ist noch zu weit weg. Kriege ich sie jetzt ran? Ja, 54. Chor. Dann 54. Chor. Dann hat, dann haben wir wie viel dran hängen? Ah, Moment, bei dem Chor haben wir dran hängen. Jetzt dann 1, 2, 3. Ich denke, wir kriegen eine vierte auch noch da mit rein. Schauen wir mal ganz kurz, kann ich die dran hängen? Ne, ist zu weit weg. Hm. Dann komme ich noch ein Stück weit näher ran. Ich muss nämlich auch wieder zurückkommen. Ja, das hat gereicht. Okay. Dann schauen wir hier nochmal nach. Das Chor ist hoffentlich gesperrt. Ja, lockt. Das heißt, die Einheiten bleiben dort auch. Und jetzt muss ich mich strategisch günstig natürlich positionieren. das denn innerhalb vom Chor ausgehen wird nur im Bereich von 5 Hexfällern repariert. Das bedeutet, wo wollen wir nach vorne gehen? Wir wollen nach vorne gehen. Einmal hier. Einen, zwei. Hier können wir nach vorne gehen. Drei, vier. Das wäre interessant, ja. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn ich mich hier hinstellen würde. Eins, zwei, drei, vier. Hier würde repariert werden. Hier würde repariert werden. Eine Runde drauf würde hier repariert werden. Und hier repariert werden. Eine Runde drauf kann ich vielleicht schon weiter nach Osten verschieben. Von hier aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Würde das Feld repariert werden. Von hier ausgehend. Eins, zwei, drei, vier. Würde das Feld auch noch repariert werden. Das sieht doch ganz gut aus, oder? War das jetzt hier drüben? Mal eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier war das. Es hängen dran. Eins, zwei, drei, vier. Gut, überprüfen wir es mal. Also, hier kann repariert werden. Eins. Da. Zwo. Hier. Drei. Vier, fünf. Könnte man sogar reparieren. Ist die Frage, ob ich jetzt hier fünf brauche. Oder ob wir hier oben noch die Eisenbahner reparieren lassen. Die gehören zur zweiten Armee. Würde ich fast sagen, momentan reichen jetzt erstmal hier vier. Das heißt, wir kommen hier dann auch schon relativ schnell Richtung Osten rüber. Doch, das sieht doch ganz gut aus. So machen wir das. Das lassen wir jetzt auch so. Armeegruppe Mitte steht bei Orel. Ich würde sagen, die können wir auch schon weiter nach vorne bringen. Nach Voronezh vielleicht. Ja, müsste man. Gut. Das war schon mal Admin-Tätigkeit eins. Dann hier bei der vierten Armee. Wie sieht es denn da aus? Die vierte Armee hat derzeit zwei rumänische Eisenbahnkonstruktionseinheiten dranhängen. Plus eine Reichsarbeitsdiensteinheit. Die reparieren aber eigentlich recht sinnvoll. Die reparieren eigentlich relativ sinnvoll. Lassen wir es mal noch offen. Was wir auf alle Fälle jetzt definitiv erstmal noch machen müssen, ist die Umorganisation in die Heeresgruppen A und B. Momentan, die haben sich schon umfilmiert hier, glaube ich, oder? Erste Panzerarmee hängt bei der Armeegruppe A. Jetzt ist die Frage, mache ich Armeegruppe A Süden oder Norden? Aber da geht es schon in einen Einzug als Mauerarmeegruppe A im Süden. Wir nehmen mit in die Armeegruppe A. Wir schauen mal, wer da alles drin ist. Derzeit ist drin die erste Panzerarmee, die zweite Panzerarmee und die siebzehnte Armee. Das ist ja sogar zutreffend. Erste, zweite, siebzehnte. Das ist korrekt. Da müssen wir nicht viel ändern. Die dritte hängt wo? Armeegruppe Mitte. Das ist natürlich schmarrn. Wir hängen die dritte Panzerarmee also zur Armeegruppe B. Dasselbe machen wir mit der sechsten Armee. Die kommt zur Armeegruppe B. Armeegruppe B hat jetzt ungefähr die Hälfte ihrer administrativen Punkte ausgegeben. Da kann also noch mehr mit rein. Jetzt schauen wir noch mal im Süden, ob wir noch was mit reinnehmen sollten. Im Süden haben wir die erste Panzerarmeegruppe A. 89 von 108 Punkten. Da ist also noch Platz für... Einiges frei hier. Die Frage ist, ich muss mir mal die Frage stellen, ob ich die Italiener oder die Rumänen vielleicht noch mit unter den Schirm der Heeresgruppe A nehme. Aber ich glaube, da muss ich ein bisschen länger überlegen. Wir haben hier einmal die Italiener. Die hängen momentan alle bei der achten Armee. Ich frage mich, ob man vielleicht sogar das Alpincore der Italiener noch an die Heeresgruppe A mit anhängt. Die haben schließlich eine essentiell wichtige Aufgabe. Wie viele Einheiten hängen da dran? Das Alpincore sind acht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das italienische Alpincore zur Armeegruppe A hängen und den Rest der Armee... Weißt du was, das mache ich jetzt gleich mal. Ich mache mal einmal Quicksafe, nicht, dass mir irgendwas Schlimmeres passiert hier. Denn wenn ich mich da jetzt großartig vertun würde, wäre das natürlich ein sehr großes Ärgernis. Ich hänge die jetzt mal an die Armeegruppe A. Die Armeegruppe A hat damit noch fünf Plätze frei. Das sieht doch ganz gut aus. Armeegruppe A hängt in Stalino. Ich würde die jetzt mal schon mal nach Rostow verschieben. Dann würde ich sagen, ist die Armeegruppe A jetzt erstmal zufriedenstellend eingesetzt. Dann Armeegruppe B. Das hier, das ist die zweite, die müsste auch zur Armeegruppe A gehören. Zweite Panzerarmee, ja Armeegruppe A. Das, die dritte Panzerarmee ist Armeegruppe B. Die Armeegruppe B hat noch massig Platz. Ja. Da ist die Frage, nehme ich da jetzt unsere Alliierten noch mit auf? Oder lasse ich die unter ihrem eigenen Kommando und schaue, dass ich andere Armeegruppen, Heeresgruppen hier anders unterordne. Die 11. Armee gehört derzeit zur Armeegruppe Mitte. Da ist jetzt natürlich auch noch jede Menge Platz. Dann können wir mal schauen, dass wir hier bei der Armeegruppe Nord Einheiten loswerden. Da sind wir nämlich organisatorisch echt überlastet. Das heißt, ich muss schauen, dass ich Einheiten von der Armeegruppe Nord loswerde. Es geht runter bis zur 16 Armee. Es würde also Sinn machen, die 16. Armee zur Armeegruppe Mitte zu legen. 4. Armee, Armeegruppe Mitte. Dann legen wir die 16. Armee zur Armeegruppe Mitte erstmal dazu. Armeegruppe Center, genau. So, 16. Armee, wir schauen mal an. Armeegruppe Mitte hat jetzt 78 von 108. Das heißt, da ist noch ordentlich Luft. Wir überprüfen mal. Die 11. Armee ist Armeegruppe Mitte. Achso, ich kann gleich mal schauen, wie voll die sind. Die 11. Armee ist voll. Die 4. Armee ist voll, hängt auch bei der Armeegruppe Mitte. Die 16. Armee ist voll und hängt bei der Armeegruppe Mitte. Die Armeegruppe Mitte würde aber noch Einheiten vertragen. 16. Armee, okay. Okay, wir schauen mal, ob nicht vielleicht auch noch die 9. Armee mit ran kann. Was haben wir denn hier? Heeresgruppe Nord ist jetzt bei 112 und 108, die ist auch gar nicht mehr so überlastet. Gute Frage. Stecken wir jetzt die 9. Armee noch zur Heeresgruppe Mitte dazu oder nicht? Ja, jetzt ist es geschehen. Damit ist die Armeegruppe Mitte jetzt aber auch vollständig ausgelastet. Hammer das, das ist gut. Jetzt schauen wir nochmal im Bereich der Heeresgruppe Nord. Was mir tatsächlich fehlt, ist eine Armee. Mir fehlt eine Armee, denn ich weiß nicht, hier die Einheiten hier oben, die erinnert euch, die Einheiten hier oben, die hängen ja direkt an der Armeegruppe Nord mit dran. Also da fehlt mir quasi der Zwischenschritt. Die Chores hängen direkt an der Armeegruppe, an keiner Armee. Leider habe ich keine Armee mehr. Vielleicht kommt in der Zukunft, wir können ja mal schauen, ob ich irgendwas sehe. Okay, Infoscreens, wo sind die Transfers? Das ist es nicht. Doch, das ist es. Armeegruppe B, sehen wir irgendwas. Type AG Front. Core. Das sehe ich jetzt nicht kommen. Reservecore kommt hier im September. Aber ich sehe keine Armeegruppen oder irgendwas ähnliches oder eine Armee. Nee. Also in absehbarer Zeit kommt da erstmal nichts. Ein Core kriegen wir noch dazu. Ach, haben wir dazu bekommen. Ach, Westeuropa. Jetzt wisst ihr was. Moment, wir müssen natürlich... Reinforcements. Hm. Können wir mal schauen. Armee. Ach, das ist Armour-Moment. Was wollte ich denn hier? Arrival. Ich kann hier gar nicht... Doch, hier nach Armee kann ich suchen. Da einmal hier Armee. Die vierte italienische Armee im November. Nee, da passiert erst. Armeegruppe Kämpf. Januar 43. Ja. Bis dahin muss ich mit dem Problem wohl leben, leider. Bis dahin müssen wir mit dem Problem leben, dass ich hier oben, dass mir hier tatsächlich eine komplette Armee fehlt. Ich überprüfe jetzt nochmal. Die 18. Armee ist 26 von 27 Befehlshaberpunkten. Die sind also voll. Die zweite Armee, 26 ist ebenfalls voll. Und dann haben wir noch die neunte Armee. Die ist übervoll, aber das liegt momentan daran, dass wir natürlich hier gerade mit Regimentern operieren. Was immer schwierig ist. 51. Dann hängen wir die mal ins 51. Kor, nicht an der Armee. 51. Jetzt sind wir mal mit dabei, das ist so eine der Sachen, die man sehr, sehr häufig macht. Ich nenne es ja immer die administrative Phase. Und das ist eine der Sachen, die da eben dazugehört. 10 von 9. 6 von 9. Dann hängen wir doch da noch irgendwas um. Und zwar die hier ans 5. Kor. Okay, da sind die Armeen jetzt aber durchsortiert. Wir sind fertig bei der Armeegruppe Mitte. Doch, die Armeegruppe Mitte ist immer fertig. Die geht jetzt hoch bis zur 9. Armee. Jetzt haben wir natürlich noch Platz bei der, da ist die Frage, was machen wir da? Bei der Heeresgruppe B hier oben. Dritte Panzerarmee ist bei der Heeresgruppe B. Dritte Panzerarmee, da kriegen wir noch zwei Divisionen unter. Die 6. Armee, die ist voll. Dritte Panzerarmee, 6. Armee. Nehmen wir hier noch irgendjemand auf in die Armeegruppe B? Platz hätten wir ja noch. Wir könnten, zur Wahl stehen die Ungarn. Wie sind die Ungarn eigentlich ganz so? Zweite ungarische Armee. Ziehen wir die auch mal nach hier. Entweder wir nehmen die Ungarn auf. Die haben aber auch relativ kampfschwache Einheiten. Das sind alles leichte Divisionen, das heißt nur mit zwei Regimentern. Ich glaube, das lasse ich noch mal ein bisschen, wisst du was? Ich glaube, wir nehmen die dritte rumänische Armee mit. Äh, die vierte rumänische Armee. Wie stark ist denn die? 28. Dann nehmen wir die vierte rumänische Armee noch mit. Oder die Italiener. Ich glaube, die Italiener sind kampfstärker als die, als die Rumänen. Hm. Gute Frage. Gute Frage. Die achte italienische Armee, 8 von 27. Wieso eigentlich so wenig? Stimmt doch auch was nicht. Wir hängen da alles dran. Das zweite italienische Chor. Schauen wir mal hier oben das zweite italienische Chor. Und das. Ah, das italienische Chor hängt nach dem OKH. Das macht natürlich keinen Sinn. Dann gehen wir die jetzt erst mal zu den Italienern zurück. 8 italienische Armee. Und dann ist die 8 italienische Armee nämlich 14 groß. Drei Chors mit dran. 14. Dann würde ich sagen, übergeben wir der 8. Italienische Armee, übergeben wir der Armeegruppe B. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Armeegruppe B. Ja. Ja, so machen wir das. Ja, da ist bestimmt noch Luft nach oben. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz. Das war jetzt echt unser Problem administrativ gesehen. Vor allem bei der Heresgruppe Nord. Die hat darunter schon schwer zu leid gehabt. Jetzt konnten wir sie zumindest hier einigermaßen gut einordnen. Organisatorisch wichtig wird es auch werden, dass wir den Italienern entsprechend Artillerie geben. Damit könnten wir eigentlich schon mal anfangen als Kleinigkeit. Und zwar, wir sortieren mal nach Artillerie. Auf der Karte. Wo ist es jetzt denn? Artillerie. Warum mag er jetzt nicht? On Map. Ach so, Moment. Machen wir nochmal alles aus. Ach, ich weiß warum, weil ich Support ausgeklickt hatte. On Map Support. Und Artillerie. Da suchen wir jetzt mal. OB. Heavy Harvidsup Battalion. Siege Mortar Battery. Sorry, da hat letztes Mal immer geschrieben, dass da keine Geschütze drin seien. Aber da sind doch Geschütze drin, oder? Wir können mal schauen. Elemente. 6 mm. Belagerungsmörser Karl, genau. Kann ich denn den jetzt zur Italienischen Armee dazu schlagen? Das ist die Frage. Nicht wirklich. Jedenfalls nicht zu dem Italienischen Chor. Dann würde ich sagen, ich überschreibe sie jetzt der 8. Italienischen Armee. Wo ist denn die? Hälfte Panzerarmee. Sechste Armee. Zweite Panzerarmee. Kann ich die vielleicht den Italienern gar nicht zuschustern? Das wäre natürlich schlecht. Ich übergebe jetzt einfach mal an die Armeegruppe A. Aber es sieht fast so aus. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich diese Einheiten dann auch wirklich den Italienern zuweisen kann. Das wäre natürlich eher schlecht. Superschwere Haubitzen. Die geben wir jetzt ebenfalls mal zur Armeegruppe A ab. Nee, Italiener kann ich hier nicht auswählen. Aber es müsste eigentlich gehen, den Umweg über die Armeegruppen zu gehen. Das sollte eigentlich funktionieren. Rumänische. Gemischte Artillerie. Italienische Light Gun Battalion. Das sind alles. Was sind denn die K-18? 105 Millimeter. Das sind Schmarrn. Die brauchen wir nicht drüber. Schwere Artillerie haben die Italiener nicht. Und auch mit den Pionieren kann es, glaube ich, schwierig werden, oder? K-130. Was sind das für welche? 150 Millimeter. Ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen länger damit auseinandersetzen, wie wir die Einheit, wie wir das rüberkriegen. Ob es überhaupt geht. Hier sind die italienischen Hobbitzen. Auch die italienische Armee. Das war jetzt noch 149 Millimeter. Kann ich die jetzt eigentlich dem italienischen Gebirgsjäger-Chor auch zuweisen? Nee. Da müssen wir mal schauen. Also die italienischen Gebirgsjäger hängen ja an der Armeegruppe A. Da muss ich schauen. Also die hängen jetzt an der Armeegruppe A. Bei der Armeegruppe A habe ich jetzt aber zumindest schon mal ein bisschen Artillerie versammelt. Und was ich jetzt hier auch zur Heeresgruppe A schieben sollte, das ist natürlich Pioniere. Denn ich brauche für die Belagerung der Städte möglichst viele Pioniere. Wir schauen mal nach. Pioniere. Engineers hier. 85. Rumänische. Italienische Assault Engineer Battalion. Da haben wir es ja. Mal schauen, ob wir die... Hm. Kriege ich da auch nicht hin. Müssen wir mal einen Umweg machen. Ich kriege den nicht... Was für ein Core ist denn das? Das heißt irgendwie Alpini-Chor oder sogar. Schauen wir mal schnell nach. Zweites Core. Alpini-IT-Chor. Da kriege ich es Alpini-IT-Chor. Da ist es Assault Engineers. Alpini-IT-Chor. Ne. Sind die nirgends wohl zu sehen. Das heißt, ich übergebe die jetzt der Armeegruppe A. Der Armeegruppe A. Ebenfalls Armeegruppe A. Und dann müssen wir in der nächsten Runde schauen, ob wir die dann runterorganisieren können, sage ich mal. Zu den... Zum Italienischen Core. Ich muss natürlich jetzt auch noch schauen, dass wir die Armeegruppe... Die Armeegruppe A. Da sage ich jetzt... Support. Den locken wir jetzt. Ja. Damit die Einheiten dann wieder rausgeschoben werden. Dann müssen wir in der nächsten Runde mal schauen, ob das soweit klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann haben wir schon mal Artillerie versucht, nach unten zu bringen. Wo werden wir noch schwere Artillerie-Pioniere brauchen? Wir werden Pioniere brauchen im Raum. Hier unten. Bei der ersten Panzerarmee. Wir haben noch jede Menge Pioniere. Da müssen wir mal schauen. Auch das können wir jetzt überprüfen. HQs. Wir haben noch ein paar Einheiten, ein paar Hauptquartiere, die wir gelockt haben, die also keine Unterstützungseinheiten mehr austauschen. Das ist einmal im Bereich der vierten Armee. Armeegruppe A, zweite Armee. Sechzehnte Armee. Wo sind denn unsere ganzen... Was ist denn in der sechzehnten Armee so besonders gewesen? Ah, ich glaube, bei der sechzehnten Armee war die Besonderheit, dass ich hier... dass ich hier Eisenbahnanheiten dran hatte. Die können wir also wieder aufmachen. Sechzehnte Armee gehen wir mal auf vier hoch. Wen haben wir noch gelockt? Das ist ein Eisenbahnerkorps. Die vierte Armee. Da steckt aber auch nicht mehr viel dran. Gehen wir ebenfalls auf vier hoch. Da muss ich mal eine Pioniere finden. Ja, finden wir die Pioniere mal. Units. Engineers. On Map. Schauen wir jetzt erstmal bei allen Divisionen nach, dass die keine Extras haben. Infanterie-Division hier. Pionier-Bataillon. Kann ich die jetzt... Ne, die kann ich nicht verschieben. Die sind diese Runde ausgeliehen worden. Müssen wir sie jetzt erstmal hier rausnehmen. Ja, ihr seht also, das ist jetzt so arbeiten. Aber das macht... Also ich tatsächlich habe da auch... Mir macht es auch Spaß, die Einheiten dann neu zu organisieren. Die ganze Heeresgruppen-Umstrukturierung, das gehört einfach zum Spiel dazu. Und tatsächlich macht es auch Spaß. Jetzt habt ihr mal so ein bisschen mehr Einblick darin, was hier immer noch so alles so an Kleinigkeiten zu machen ist, die aber auch echt wirklich wichtig sein können. Und ich denke, ich werde sicherlich noch... Mai, was wir noch schauen könnten, ist, dass wir in dem Bereich... Wo haben wir denn... Pioniere werde ich noch in der administrativen Phase machen. Und was ich aber vielleicht noch interessant fände, ist, dass wir im Bereich der 16. Armee und im Bereich der 4. Armee, der 9. Armee, haben wir doch relativ viele sowjetische Panzerverbände. Wie wäre es denn, wenn wir mal schauen, wie es denn mit unseren Sturmgeschützen aussieht? Self-Repelled-Gun, Sturmgeschütz-Bataillon. Die sitzen derzeit viel bei dem motorisierten Kurs umerland. Vielleicht sollte ich die lieber in die Verteidigung stecken. Sturmgeschütz-Bataillon. Wir können mal schauen, dass wir die vielleicht zur... Was habe ich gesagt? 16. Armee. Mal zur 16. Armee. Dann haben wir nochmal eins. Die bringen wir zur 9. Armee. Sturmgeschütz-Bataillon hier zur 16. Armee, damit wir die möglichst gut unterstützen. Bei den Angriffen, eventuell zu erwartenden Angriffen der sowjetischen Panzerkors. Und zur 9. Armee. War das jetzt richtig? Ich komme momentan noch richtig... Es müsste die 9. sein, oder? Ja, das ist die 9. Armee. Gut. Ich werde nochmal alles sauber durchgehen. Was wir vielleicht jetzt nochmal eben zu zweit... Äh, zu zweit. Was wir vielleicht nochmal gemeinsam mal schauen könnten, ist einfach die Prioritäten für die Verteilung. Äh, das bedeutet hier oben, die Einheiten, die zur Heresgruppe Nord gehören, die haben nach wie vor eine sehr, sehr schlechte. Und ich kann mir den Farbcode wieder nicht merken. Orange müsste der allerschlechteste sein. Wir schauen mal nach. Ja, Priorität 1. Das hier ist Priorität 2. Ja. Tatsächlich benötige ich hier aber momentan nicht viel Nachschub. Die stehen auch ganz gut im Saft. Das ist in Ordnung. Äh, hier oben. Die bekommen momentan recht viel Nachschub zugewiesen. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen zu viel. Wir gehen mal auf Medium. Okay, ebenfalls. 18. Armee. Hä, wobei, hier sind die Kämpfe doch. Ne. Wir haben uns ja gesagt, dass wir hier uns gar nicht mehr allzu weit ausbreiten wollen. Können wir also dementsprechend lassen. Wichtig ist es hier im Bereich der 2. Armee. Da sind wir auf Priorität 3. Das ist in Ordnung. Im Bereich der... Hm. Das ist eine gute Frage. Vielleicht hier unten in diesem Korin eine höhere Priorität. zuweisen. Auf hoch. Da möchten wir eventuell noch was erreichen. Die haben Priorität 2. Könnte auch ausreichen. Wo wir ja noch offensiv starten werden, ist in diesem Sektor hier. Das bedeutet, dass wir der 11. Armee ebenfalls eine höhere... Können wir eigentlich eine Supply Priority 3 machen. Ja. Schaue ich mir aber alles auch noch mal genauer an. Also, was gibt es für mich noch zu tun? Ich muss die Post überprüfen. Ich muss natürlich noch mal ein bisschen schauen, ob ich wirklich alle Eisenbahner auch entsprechend gezogen habe. Aber ich glaube schon. Wir blenden es noch mal ein. Im Norden. Genau, die haben wir verlegt. Das war die erste. Dann haben wir in dem Bereich ebenfalls eine verlegt. Genau, zweite. Die dritte ist hier aktiv gewesen. Die vierte ist hier aktiv gewesen. Und die fünfte ist hier aktiv gewesen. Also, die großen Eisenbahner haben wir es gemacht. Genau. Trotzdem muss ich noch mal nachschauen, was die kleinen Eisenbahner so alles treiben. Dann kümmern wir uns ein bisschen um Depots und Depotmanagement. Da müssen wir ein bisschen schauen, dass die Verteilung ein bisschen besser abläuft. Und dass wir weiter nach vorne kommen und sicherlich noch die eine oder andere Unterstützungseinheit irgendwo hin verschieben. Aber das mache ich dann im stillen Kämmerlein. Ich bin sehr gespannt. Also, ich glaube, wir müssen nicht gespannt drauf sein, ob dieser Kessel hält. Der wird halten. Ich frage mich eher. Also, einen Hafen haben sie da nicht. Ich frage mich eher, können die per amphibischen Transport irgendwie runtergebracht werden, so Dünenkirchen-mäßig? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Also, 27 Einheiten haben wir jetzt gezählt. Wenn es mal irgendwann unter 20 sind, dann weiß ich, dass irgendwas schiefläuft. Und spannend wird es auch, wie die Sowjets darauf reagieren, dass wir jetzt hier doch über die Flüsse hinweg hier einen doch recht starken Brückenkopf gebildet haben. Wie sie darauf reagieren, da bin ich mal wirklich sehr darauf gespannt. Kann ich hier eigentlich noch einen reinziehen irgendwie? Ich muss hier vor allem zu verstärken. Ja, die Panzerdivision, die 20. Die schicken wir auch hier noch rein, dass wir uns da noch weiter verstärken. Das wird sicherlich nächste Runde hier am spannendsten werden, wie wir dort vorwärts kommen. Ja, und nach wie vor im Norden. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Spiel weiterspielen und nicht mit den vorzeitigen Siegbedingungen uns da quasi aufgehört haben. Es macht einfach so viel Spaß, das Ganze jetzt hier 42 noch weiterzumachen. Und ich, gut, ich sehe, das ist eigentlich eine blöde Frage, brauche ich nicht fragen. Ich sehe, dass es euch gefällt. Es sind so viele jetzt schon seit Anfang an mit dabei. Bei so vielen Folgen ist es einfach irre. Ich bedanke mich da ganz herzlich und auch für die vielen Kommentare. Und seid mir bitte nicht böse, wenn ich auf den einen oder anderen Kommentar nicht oder sehr, sehr spät antworte. Ich versuche es immer zeitnah, aber manchmal schaffe ich es einfach zwei, drei, vier Tage nicht. Und an den zwei, drei, vier Tagen sammeln sich bei mir schon ungefähr 80 Nachrichten nur auf YouTube an, die ich zu beantworten habe. Also seht mir bitte nach, dass ich vielleicht manchmal gar nicht beantworte und manchmal auch etwas spät. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich auch gerade habe. Ich versuche es täglich, ich schaffe es nicht immer. und sobald ich es mal drei, vier Tage nicht geschafft habe, muss ich, ja, muss ich, darf ich 80 Nachrichten auch weiter kommentieren. Das dauert natürlich dann auch immer so eine Zeit und so ergibt die eine Verspätung dann quasi die andere. Ich bitte da ein bisschen um Nachsicht. Gut, ich wünsche euch noch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Wir sehen uns dann zum Zug 50. Da sind wir dann schon fast Mitte August. Bleibt spannend. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, Pfiatzeug, Servus. Ciao, Pfiatzeug, Servus.